Die Freiheit des Einzelnen geht so weit, soweit sie die Freiheit des Anderen nicht einschränkt. Ich stimme zu, und zwar, dass man unbedingt auch die Klarnamen im Netz braucht. Ja, stimme ich absolut zu. Jetzt bin ich schon dauernd am 10. Ein für mich nicht nur politisches, sondern wirklich auch höchstpersönliches Anwesen. Ich glaube, manche Sachen gehen zu weit, da kann man sicher diskutieren. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man mit der Meinungsfreiheit nicht leichtfertig umgeht.